Ich habe ein echt tolles Buch aus den USA gelesen, das ist jetzt auf Deutsch erschienen. Das Tor zum Erfolg von Alex Benayan und heißt eigentlich in Amerika die dritte Tür. The Third Door heißt es, glaube ich, im Originaltitel und macht tatsächlich, finde ich, sogar noch ein bisschen mehr Sinn. Moment, The Third Door, genau, weil es in dem ganzen Buch um das Konzept der dritten Tür geht, bedeutet, wie kommen, also er beschreibt das folgendermaßen. Es gibt den normalen Eingang zu einem Club. Club steht jetzt auch für Synonym für gesellschaftliche Ebenen und Unternehmenserfolg und tralala. So, da gibt es den normalen Eingang, wo sich jeder anstellen kann. Dann gibt es den VIP-Eingang für die Leute, die sozusagen schon sich einen Status erarbeitet haben, Geld haben und so weiter und die dann eben vorgelassen werden. Das ist der zweite Eingang und die dritte Tür ist die, die es gar nicht gibt. Die dritte Tür ist die für die Leute, die sich weder hinten anstellen wollen, noch bereits VIP sind oder irgend sowas, sondern die müssen sich sozusagen, wie er das beschreibt, über den Hinterhofzaun klettern, eine Scheibe einschlagen, versuchen durch die Küche zu kommen, und sich dann am Sicherheitspersonal vorbeizumogeln und dann in den Club zu kommen. Und das ist nämlich seine eigene Story. Ich finde die Story echt gut, weil er schreibt, er wollte immer gerne für seine Generation, das ist ein junger Typ, so irgendwie 20 Jahre alt oder was weiß ich, er wollte für seine Generation die Erfolgsgeheimnisse der super Erfolgreichen aufschreiben. Das kam mir irgendwie bekannt vor und wollte für dieses Projekt mit den berühmtesten oder erfolgreichsten Leuten ihrer Branche sprechen. Auch das kam mir bekannt vor. Und dann hat er gesagt, ja Mensch, ich will Bill Gates interviewen und ich will irgendwie, ja keine Ahnung, Lady Gaga interviewen. Und ganz, wen hat er hier noch so, Steve Wozniak von Apple und Jessica Alba als Schauspielerin und auch Unternehmerin. Ja. Und da wollte er dann ein Buch draus machen und so weiter und so fort. Und hatte dann eben erstmal versucht, an irgendwelche Interviewgäste heranzukommen. Und die haben ihm natürlich alle gesagt, wer bist denn du, ne, das Buch gibt's ja gar nicht, du hast keinen Buchvertrag, also das kann ja sonst was bedeuten, was du uns da erzählst, das wollen wir nicht. Mark Zuckerberg und so weiter wollte er auch. Und hat dann über diese ganze Reise berichtet, wie er Leute kennengelernt hat, die ihm vielleicht eine Tür öffnen könnten. Da waren da Quatschköppe dabei, die haben gesagt, ja ich kenn den und ich kenn den und ich kenn den, stimmt aber gar nicht. Und ist dann da eben ganz oft auf die Nase gefallen und interessant war, es begann da mit Kapitalbeschaffung. Er brauchte ja Geld für seine ganzen Flugtickets und er musste das ja irgendwie bewerkstelligen. Und da hat er eine Gameshow gehackt, also nicht technisch, sondern er hat rausgefunden, wie man als Kandidat in diese amerikanische Gameshow kommt, um dann da Geld zu verdienen, also gewinnen. Und hat dann dieses Geld dafür benutzt, eben hier diese Reisen anzutreten. Aber die meisten Reisen, die er unternommen hat, haben gar nicht zum Erfolg geführt. Weil er auch, also ich habe da selber die ganze Zeit, weil es ist ja ein bisschen ähnlich meiner Geschichte. Und ich habe die ganze Zeit auch seine Fehler erkannt. Also er ist da mit völliger Naivität, aber das ist sicherlich der Generation Z geschuldet, weil die glauben, alles ist möglich, ist es theoretisch auch, aber man muss schon die richtigen Hebel dafür finden. Und da hat er einige Sachen falsch gemacht, wie er die Leute überfallen hat, in Anführungsstrichen. Also gerade mit extremst erfolgreichen Leuten musst du sehr behutsam umgehen. Da kannst du denen nicht überfallen, so nach dem Motto, wir sind verrückt da und sagen, halt, stopp, ich brauche sie für mein Buch. Da werden die Leute ganz allergisch. So einfach geht das nicht. Nee, aber trotzdem eine sehr interessante Story. Es sind nicht so viele Learnings drin. Ich finde, eines der wichtigsten Learnings für junge Leute, die das Buch lesen, ist dieses, von wegen, das Erfolgsgeheimnis. Weil das war sein Gedanke. Er dachte wirklich, es gibt so das Erfolgsgeheimnis. So nach dem Motto, die trinken alle grünen Tee morgens, drehen sich fünfmal im Kreis, tanzen auf dem Rasen ihren Namen und machen dann dreimal Halleluja. Und deswegen sind die erfolgreich geworden. Und das haben die nur noch nie jemandem erzählt. Das dachte er. Das denken ganz viele junge Leute. Ganz viele Leute fragen, ja, aber wo ist denn das wirkliche Geheimnis? Es kann doch nicht nur sein, diszipliniert arbeiten, Ziele setzen, die richtigen Kontakte aufbauen, hart arbeiten. Das kann es doch nicht sein. Da muss doch noch irgendwas anderes dabei sein. Nö. Und diese Geschichte beschreibt er hier drin. Es ist wirklich sehr amüsant zu lesen. Und manchmal denkt man wirklich so, du Idiot, ey mein Gott. Aber das macht es wirklich interessant. Beim Finanzbuch Verlag erschienen. Guter Verlag. Guter Verlag. Es sind auch andere gute Bücher erschienen. Ja. Ja.